Ottfried Preußler, das war mehr als Krabat und Hotzenplotz. Kaum ein Kind wuchs ohne Ottfried Preußler auf. Ignorierten seine Eltern den Autoren dennoch hartnäckig, kam irgendwann Krabat um die Ecke. Der Autor wäre am 20. Oktober 94 Jahre alt geworden. Grund genug für ein Google-Dude. Er an Ottfried Preußler denkt, hat sofort Krabat im Kopf. Oder den Räuber Hotzenplotz. Dass seine Bücher in mehr als 50 Sprachen übersetzt und mehr als 50 Millionen Mal verkauft wurden, ist kein Wunder. Die kleine Hexe zum Beispiel dürfte in so vielen Haushalten stehen, die längst nicht mehr von Kindern bewohnt sind, einfach, weil niemand Preußlers Bücher in den Altpapier-Container werfen mag, schon allein wegen der Einbände. Und wer mit, es einem Kind noch so etwas nur scheinbar altmodisches wie ein Kindertheater besuchen will, wählt oft ein Bühnenstück aus seiner Feder. Räuber Hotzenplotz war ein vielleicht verschrobener, auf jeden Fall aber aufsässiger Charakter, der dem Wachtmeister dem Flmose das Leben schwer machte. 1962 erschien das erste Buch mit dem Struppelbart samt Hut, weit vor den 68ern, die Wachtmeister auf andere Art beschäftigten. Erwachsene, an denen Preußlers Kinderbücher vorbeigegangen waren, dürften spätestens mit Krabat von ihm gehört haben, der Jugendroman erhielt Buchpreise und wurde 2008 mit einer Verfilmung geadelt. Preußler war 1923 in eine wenig friedliebende Zeit hineingeboren worden. Seine ersten Geschichten hatte Preußler mit jungen zwölf Jahren geschrieben, mit dem Ziel, einmal als Schriftsteller in Prag zu leben. Nach dem Abitur aber rief die Wehrmacht nach ihm. Nach russischer Gefangenschaft konnte es aber endlich losgehen, mit einem Lehramtsstudium, während dem er als Lokalreporter und Autor fürs Kinderradio Geld verdiente. Seine Bücher verstand Preußler nicht als flammende Beiträge zur Zeitgeschichte. Vielmehr wollte er nichts weiter, als den Lesern Spaß zu machen, wie er nach Angaben des Verlages einmal schrieb, sie in der Kunst des Lachens zu üben, ihrer Fantasie Nahrung zu geben, sie in ihrem natürlichen Lebensmut zu bestärken. Im Jahr 2013 starb Preußler mit 89 Jahren in Prien um Chiemsee. Was bleibt, sind seine Bücher, und ein Dudel, das googelt dem Autoren zum, imaginären, 94. Geburtstag am 20. Oktober 2017 widmet. Angeber wissen, wovon Ortfried Preußlers Bücher handeln. Der kleine Wassermann mit grünen Haaren, seiner roten Zipfelmütze und Hosen aus Fischschuppen erlebt im Mühlen war ja viele Abenteuer. Verkaufte Auflage weltweit, über 2,5 Millionen. Erschienen, 1956 Die kleine Hexe wird von den großen Hexen nicht ernst genommen. Sie soll beweisen, dass sie eine gute Hexe ist. Verkaufte Auflage weltweit, 5 Millionen. Erschienen, 1957 Der Räuber Hotzenplotz hat der Großmutter die Kaffeemühle gestohlen. Kasperl und Zipfel wollen sie zurückholen. Verkaufte Auflage weltweit, mehr als 7,5 Millionen. Drei Bände, 1962, 1969, 1973 Das kleine Gespenst erwacht nichts zur Geisterstunde, weil sich die Rathausuhr um 12 Stunden verschoben hat. Nun ist es mitten am Tag und das Gespenst stiftet einige Unruhe. Verkaufte Auflage weltweit, über 3 Millionen. Erschien, 1966 Krabat, der sorbische Waisenjunge, erlernt die schwarze Magie. Doch dann muss er den Fängen der dunklen Mächte entkommen. Verkaufte Auflage weltweit, rund 3 Millionen. Erschien, 1971 Erschien, 1970